weiter geht's mal wieder mit ark ist schon lange her seitdem ist scheiße viel passiert viele sind gestorben wurden zurückgelassen zum beispiel mit wir haben ein flug wie nach die benannt aber du gingst mir so auf den sack als die zurückgelassen haben also haben wir ein gehege gebaut für ein paar dinos die unsere pflanzenfresser die wir halt nicht oft brauchen da wird zum beispiel so ein t800 metallparasauer dampfweiz und so dieses wie hier zum beispiel sorgt dafür dass die ganzen dinos hier mehr schneller eier legen weil die sonst keine liegen die hunde dann haben wir ein heißen denn auch mal fio ja genau ich hätte ich die scheiße haben wir gezähmt weil wir ja dünner brauchen für unser beet und das haben wir natürlich die nur getauft also dino der 24 sieben scheißen auf jeden fall und das geile hier guckt euch mal das an alter ist das nicht super geil halk aber den genannt weil wir grünen angemalt haben der so geil der ist der 180 sondern ein paar hier in 83 51 hier freddy und so und noch so ein metall raptor richtig geil und unser fluffy lebt natürlich auch wieder okay was haben wir vor wir nehmen eine große bärenfalle war der juli nehmen wir jetzt raptor mit oder nicht war der plan ich meine bei drei bären fallen können wir doch wohl ein tier töten ja ich würde jeden töten wie viele mitnehmen ich auch die frage nicht unbedingt alle oder also halk nehmen wir mit und 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 akane zwei reichen oder willst du nicht blutrünstig mitnehmen und den ein bisschen hochleveln ach so ja dann nehmen wir aber drei mit ok 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 leute wir nehmen drei ab und mit probieren die bärenfalle aus die wollte schon immer ausprobieren mit jule weil keine ahnung das hat hast du das mit dem pfeifen jetzt geblickt oder wie anscheinend ja warte mal akane ist level up level up also auf leben oder was leben oder warte wie viel hat sie denn warte 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 93 schaden hat wie geht ja genug schaden wo siehst du 393 jetzt was 300 gehst du hast doch doch eigentlich 193 reicht nicht guck dir mal gar nicht gut dann damit gönn dir bruder das ist so süß okay also nimm du die mit wenn du alle drei mit ok ich tue die bärenfalle dann platzieren jetzt hast du mit dem pfeifen meine babys wenn dies durch die tür schaffen wer nicht hast du da oben überhaupt noch irgendwelche viecher leben lassen nein da ist aber auch nicht viel rumgerannt sollen wir es an der schildkröte hier versuchen die ist weiblich warte brauchen wir weiblich oder männlich wir brauchen den männlichen also drauf da töten warte 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 weißt du was gut ist die wir können die einfangen ohne dass die raptor drauf angreifen weil die werden nicht angreifen wenn ich angreifen die greifen nur an wenn du an das ist richtig ich sie okay also leute wir versuchen jetzt mal diese bäne also leute ich tu sie warte ich so zu sehen warte ich so zu sehen wieso geht es nicht es leckt es leckt oh schütte ist die groß warte 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 das wurde lustig muss die bären fallen nicht offen sein 80 ich weiß zwar nicht wie die da ständig rankommt aber okay die bären fallen ist jetzt kaputt oder was die ist hier auf dem boden ich sehe die nicht hier wieso kann man die wieder aufnehmen es verdammt groß ja ich hätte erst mal warten müssen was ist das was ist das was so nur ein ding lang als nur ist gut der schreit rum wie blöde ich probier's bei dem aus okay ja hier ist ein fetter scheiß auf einsammeln du bist der freundin scheiße gönn dir deswegen mag ich die nur so mei der hat mich schon gesehen bevor ich die bäden fallen setzen konnte ich habe ich habe ihn nicht berührt die gehen ab wie die den am rand liegen lassen so nach dem motto juckt mich nicht okay warte warte meine babys nein der schubst sie durch die kante achso der greifen an greifen an greifen an ich komme nicht raten verarsch mich nicht junge schießt mal ein pfeil auf den diese nervensäge die kommen gar nicht ran an den die warte ich kann den jetzt von der seite an da hoffentlich warte da gibt es ein filet wenn der filet gibt das brauchen wir hi stellt euch in eine auf sehr gut die sich aufstellen ich finde das süß ich finde das so geil wo ist die bäden fallen äh ein filet nur ein ein ja eins und es verdirbt in acht minuten okay und ein wirbel haben wir bekommen achso das ist eine trophäe achso huch was machst du denn ja so zu viele pister hier die nerven genügt euch mal junge alter okay warte 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 in jedem fall ist aufgestellt ähm geh mal ein bisschen nach rechts welches rechts also dein rechts weg von der beiden falle okay 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 ich hoffe ich fall jetzt nicht selbst in die bäden falle kommst du der nimmt anlauf der nimmt anlauf oh ne er hat keinen bock mehr oh ne dann ernst hier noch einer in die fresse komm doch boah ich höre die musik aber der leuchtende zeitlobe der tut ja so richtig so richtig bock hat er nicht hier vielleicht zieht er die bärenfalle und hat keinen bock auf dich ja gut dann watschel eben in die bärenfalle ist mir auch egal okay da kommt der nächste äh hä vorsicht ah war der jetzt in der bärenfalle gefangen oder nicht ja ja er war drin er steht das ist aber langweilig der nimmt anlauf der nimmt anlauf das ist langweilig was ist für ne scheiß bärenfalle ich dachte was hast du dir denn was hast du dir denn vorgestellt ich dachte die zur hälfte aufspielst ähm na ok warte nochmal ich bin enttäuscht ich merk's vor allem warum warum haben wir drei gemacht wenn man sie wieder aufheben kann ja das ist natürlich auch sinnlos ja gut ich konnte die nicht mehr aufheben nachdem sie nachdem der reingelaufen ist ah ok hm hm na los wie glaub brauchst du denn ok also wie die so aufgeht sieht schon cool aus optionen warte nee kann ich nichts machen seht ihr die jetzt schon stell dir mal vor da würde ich den zerfleischen das wär schon geil ähm dann wär das spiel glaub ich ab 18 oder ich glaube auch oh er kommt es kommt ganz ehrlich wenn der wenn der äh drin ist dann schieß ihn ab ok ok die raptor ruft es mich oh gott das hat schon was das hat schon was vor allem wie die sich danach so aufstellen als würden sie als wenn sie den lecker liefern ich finde es auch nochmal ok gut ich bin fazit beide falle lohnt sich irgendwie nicht nicht unbedingt äh nicht bei nicht bei fleischfässern weil die werden gar nicht zulassen dass du die scheiße aufstellst obwohl du kannst ja dann du könntest ja auch schleichen ja du hast dich ja an den karno gar nicht herangeschlichen du bist ja einfach drauf zugegangen ja stimmt auch wieder gut was machen wir jetzt hm alles töten was los ist hm hm tut mir leid es ist einfach zu geil hm ich weils jetzt hätte ich schon bock alle raptor mitzunehmen und einfach auszulassen Gassi gehen oh guck mal wie die sich wieder hinstellen ich krieg ne krise alter ok ich will ich nehm die anderen raptor auch ok ich hoffe das endet halt nicht im desaster es endet immer im desaster wenn wir Gassi gehen irgendwie schon das letzte video ist der beste beweis ja Gassi gehen ist hier halt echt nicht erlaubt was ist das ah ein mini raptor was ein mini raptor ja ein ovi raptor achso und ein weibchen ach stirbkartoffel ähm ich brauch Beeren ich brauch hungere jetzt so also Fluffy nehm ich nicht mit der kickt nur alle durch die Gegend ja wir könnten auch runter in den Sumpf gehen boah ich weiß nicht da hauen die äh die folgen denen gleich in den See runter was die folgen denen gleich äh in den ins Wasser und wenn da Schlangen sind bittet bitte dich na gut fünf raptoren stimmt auch wieder aller kann ich dir mal hier die Tür zu machen die gucken ok freunde los geht's ab in den Sumpf jay ja ich finde wenn es im Desaster endet sollte es richtig enden so richtig fett vielleicht sollten achso ok hm vielleicht hat der was egal egal los geht's ähm ich find's eigentlich schade dass nicht alle raptoren angreifen wenn einer von uns nur angreift weil wir sind ja eigentlich im gleichen Clan deswegen koppier ich nicht also grad eben haben sie angegriffen als du angegriffen wurdest doch irgendwie manchmal nicht oder was soll ich keine Hose an das ist hier FSK 18 also äh nicht FSK hm oh äh ich brauch mal kurz ähm na sag schon basern ok ich raste hier so lange aus hm hm tötest du alles oder was ist jetzt nur ein wir müssen alle auf level 180 oder so bringen dann geht die Party ab du Party hard Party hard was haben wir noch hier hallo schönen Tag hallo hallo wieso ist Freddy auf passiv deswegen greift er nicht an ich dachte schon 95er Karbonimis den musst du angreifen ich bin mir nicht sicher ob mein LLB 50er das ist ja überlebt Parbonimis komm achso äh ne Schildkröte genau komm die lass mal hier reinlaufen hm 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 in die Bärenfalle ja komm schon nein oh oh da ist noch Mathilda ok gehen wir den Kampf ein wo ist die Mathilda vor uns auf sie mit gebrüll warte warte ich tue ich tue die in die Bänefalle locken äh du weißt schon deine Raptoren werden dir folgen tu sie mal auf dich tu sie mal auf dich ok ok alle bei dir alle bei mir ok also oh ja das sieht aus ich hab so ein Rudelraptoren hinter mir das endet im Desaster ok bereit oh schein ja irgendwie schon ok irgendwie auch nicht aber äh oh shit sie kommt ja 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 kommt sie kommt ok ist freigelaufen greifen greifen jawoll oh mein Gott also ey ganz ehrlich die Bärenfalle ist schon geil für dich die Bärenfalle ist schon nice die Bärenfalle ist schon nice ich könnte mir auch vorstellen dass die zum zähmen ganz gut ist dann müssten wir einfach ganz viele nebeneinander hinstellen dass die immer wieder reinläuft ja ok also töten wir alles was kommt läufst ähm der Freddy hat.. dicht WHAT THE FUCK Der wurde gleich oh ho ho habe ich mich jetzt erschreckt du wurdest du wurdest angegriffen und ich habe nichts gemacht also ähm Freddy ist level-up glaube ich Freddy, 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 Freddy. Ich hab ihn, warte. Okay. Okay, Freddy hat wenig Leben. 500. Dann gib ihm Leben. Okay. Und der hat... Süß. Haben wir Fleisch? Ja, die Viecher müssen genug haben. Freddy hat gar keins. Hab ihn gegeben. Blutrünstig hat nur noch Hälfte Leben. Dann müssen wir vielleicht mal kurz warten, oder? Naja, wenn der Fleisch hätte, würde er das schnell wieder aufladen. Wahrscheinlich hat er schon noch gefressen. Deswegen. Er hat 26. Hä, wieso frisst er das nicht dann? Nee, nee. Vielleicht hat er grad keinen Hunger. Die fressen ja nur, wenn sie Hunger haben. So. Aber nicht, wenn sie leben haben. Da fressen sie es gleich. Ah, nee, doch nicht. Nein. Guck mal, das Fleisch steckt sich auch höher. Anstatt auf 20, auf 40. Oh, geil. Das wurde auch Zeit, ganz ehrlich. Nur auf 20 ist hoffentlich scheiße. Ich geb ihm das Fleisch jetzt einfach so direkt. Bringt das was? Ja, ein bisschen. Ah, nur 5, aber irgendwie. Ah, ich will nicht, dass er stirbt. Ja, das wär gut. Also scheiß drauf, weil Fleisch werden wir ja genug noch haben. Ich geb ihm einfach gleich an. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir das Heilmittel herstellen. Kann man damit Dinos heilen? Ich weiß es nicht. Man kann es ja mal ausprobieren, oder? Ja, schon auch wieder. Okay, rein in den Zoom. Oder? Ich. Schon, oder? Oh Gott, der Arme. Ich hatte gerade kurz FPS-Einbrüche. Okay, komm, ich geh vor. Okay, okay. Die Mathilda war übrigens Level 60. Die hätten wir eigentlich verabschieden können, glaube ich. Nee, hätten wir nicht. Wir haben keinen Kippel. Ach, stimmt, ja. Das dauert jetzt ewig. Mich. Ich frag mich immer noch. Leute, wir haben... Oh, wo der Frosch hin ist. Ja, wo ist der Frosch? Wer hat denn den Frosch gezähmt? Und der ist weg? Der hat wahrscheinlich Selbstmord begangen. Ist von unten, äh, von oben runtergesprungen oder so, aber... Okay. Ich spring's. What the hell? Die vergewaltigen seine Leiche. Oh nein. Okay. Was? Das ist schon gerade. Der läuft gleich weg und alle Ratoren dem hinterher. Nee, der war nur Level 5. Ah, okay. So, was ist mit dir? Töt ihn. Töt, töt, töt. Wen? Den da. Das ist ein Oviraptor. Ich weiß. Den brauchen wir ja nicht mehr, oder? Die ist schon so geil. Komm, sag mir, dass hier unten irgendwas Großes rumrennt. Oder Größeres. Jetzt bin ich traurig, dass ich keine Bedenfalle mehr hab. Ich bin gerade etwas traurig, dass wir Dampfwalze nicht dabei haben. Weißt du, was wir hier unten alles farmen könnten? Ach, stimmt, gell. Ja, die nehmen wir nix mehr mit. An Samen und an... Hauptsächlich an Blumen. Genau. Diese seltenen Pflanzen. Also Leute... Da hinten ist was. Kannst euch nur raten. Zehn Traptoren. So viel es geht. Ähm... Eine Fiomia-Schildkröte sehe ich da. Sollen wir in die Richtung mal gehen? Ja, lass mal in die Richtung gehen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Genau. 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 Doch, war man schon laut meiner Karte, aber ich kann mich nicht erinnern. Okay. Ach, kann ich noch gleich mal was trinken, wenn ich euch... Alle fünf noch da? Ja. Da ist ein Krokodil! Ah! Wo? Vor uns. Töten? Ja. Er soll mich anhalten. Wow! Greif nach, greif nach. Oh, shit! Ach, der war nur Level 5. Ja, okay. Der ist so riesig. Ich will so einen. Heilige Scheiße ist der groß. Der ist riesig. Und da ist noch einer. Der ist ein Frosch. Ein Frosch. Ein Frosch. Hm. Guck da hinten, ist einer. Im Wasser. Guck mal, guck mal, guck mal. Dieser, dieser, äh... Hier, dieser Krokodil. Nicht viel Krokodil. Dieser Echsenvieh. Ja. Ich treffe den von hier? Warte. Ich will nicht ins Wasser, deine Hälfte. Oh ja, du hast getroffen. Äh. Der vergewaltigt gerade aber eine Fiume. Fiume. Ich, der guckt den irgendwie gar nicht. Außer, der kommt danach zu mir. Er baut ihn ab, das heißt, er ist ein Froschwasser. Es kommt, greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an. Ah! Okay, mal gucken, was bei denen geht. Aber bei 5 Raptoren so zu überlegen. Auch schon gut, ne? Schon gut. Woher hin mit denen? Leute. Geil. Okay, Jule, wir haben noch 6 Minuten. Dann ist das Video zu Ende. Was machen wir? Töten? Ja. Das machen wir schon seit 20 Minuten. Na. Aber es wird ja nie langweilig. Es ist hier nichts, nichts Neues rum. Also, ich meine, wir waren hier noch nicht, oder? Ja. Also, laut meiner Karte waren wir hier noch nicht. Wollen wir mal auf die andere Seite? Ja, können wir. Auf die begehrte andere Seite. Okay. Aber ich würde vielleicht eine Stelle bevorzugen mit weniger Wasser. Ja, da hinten sehe ich schon zwei Schlangen. Drei, vier Schlangen. Da sind einfach vier Schlangen. Okay, ich würde mal sagen, wir... Wow! What the... Was war das? Das ist ein Krokodil. Er hängt an mir. Wollen wir sagen, Alter. Der nimmt mich mit. Wo wollte der mit dir hin? Der wollte mich, glaube ich, ins Wasser mitnehmen. Und? Da ist noch die Dingsmusik. Irgendwas greift uns an. What the fuck? Ah, noch ein Krokodil. Der nimmt unsere Dator mit. Tötet den Hund. Oh, oh. Noch ist keiner gestorben. Schnell raus aus dem Wasser. Hier sind mir zu viele Viecher, Alter. Ich blicke nicht mehr durch. Piranhas, okay. Check mal kurz die Lebensanzeige von denen. Alle Babys noch da? Hulk hat auf jeden Fall noch genug, ja. Ja, aber Blutrünstig hat die Hälfte. Der levelt gar nicht, kommt mir so vor. Vorsicht! What the fuck? Was war das? Krokodil. Ah. Alter, wie die rausgesprungen kommen. Das ist ein richtiger Missgebot, Alter. Oh, die Morgos. Okay, warte jetzt. Kurz mal hier dem Fleisch gehen, Alter. Alter, der stirbt bald mehr noch. So. Ui, 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 ui. Leute, dieser Sumpf ist ein kleiner Kriegsbad hier, Alter. Kriegsgebiet. Der Tod wartet hier nur. Zum Glück haben wir auch so viele Raptoren dabei, ohne jetzt. Mhm. Okay. Ja, gut. So, wir erstmal zurück. Ja. Oh, wir haben noch eine Trophäe. Echt jetzt? Die Haut von so einem, äh, Krokodil. Also so langsam macht es Sinn, einen Trophäenständer zu bauen. Wir haben schon drei oder vier Trophäen. Okay. Auf dem Weg noch ein paar Sachen töten, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt eine gute Idee wegen Mathilda. Beerenfall ist schon eigentlich nice. Ich würde sogar sagen, so, äh, keine Ahnung, sieben Beeren fallen hintereinander. Und immer wenn er freikommt, will er mir ja wieder hinterher und geht in die nächste rein. Mhm. Und so lange können wir den abschießen. Zum Zähmen dann? Ja, genau. Ja, klingt gut. Wenn wir irgendwann Kippel für den haben, Alter. Dafür müsst ihr uns zur Schildkröte einfach mal Eier legen. Ja. Wir brauchen eine männliche Schildkröte. Alle noch da? Ich seh nix. Ich seh dich nicht. Ich be- 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 Dieser Nebel ist auch nervig. Ja, der ist hardcore nervig. Ich muss mal googeln, ob man den Nebel einfach ausschalten kann. Bestimmt. Das ist Raptor. Oh, Raptor. Hallo. Er hat mich gesehen. Welches Level hat der? Äh, 130. Oh-oh. Scheiße. Nicht Oh-oh. Das wär eigentlich ein guter Raptor zu zählen gewesen. Deswegen hab ich Oh-oh gesagt. Tum-tum. Warum kommen die immer? Wenn wir mit so einer... So einer Arme... Wenn wir mit der Meute unterwegs sind. Ja. Oh, so ein Scheiß. Tum-tum. Ein 130er Raptor. Überleg mal, wir hätten genug Kippel gehabt, um den zu zählen. Und der hätte noch fett Level bekommen. Oh mein Gott, ja. Scheiße. Abgekackt. Pff. So. So. Flugvieh. Welches Level? Über 90. Für den haben wir, glaube ich, kein Kippel. Ja. Den scheiß ich auch. Ich find den irgendwie sogar langsam hässlich. Töten. Pio Mia. Hike. Scheiße. Wo geht der hin? Fuck, 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 fuck. Chill doch. Du wirst doch nicht gleich runter springen. Au. Hab auch das Maul bekommen. Ich nicht. Äh, Lebensanzeigen? Okay. Alle gut, alle frisch, alle hübsch. Alles fresh. Jo, passt. Es endet halt immer im Chaos. Ja, irgendwie schon passt. Mann, wir hätten an diesem XP-Wochenende zocken müssen, gell? Ja, wenn wir das gewusst hätten. Ja. Ja, gut. Gute. Also gut, Leute, das war's mit dem Game. Wir wollten eigentlich was Cooles machen mit dem Beerenfalle, aber irgendwie war's doch langweilig, aber dafür haben wir ja unsere Raptoren benutzt, um alles zu töten, was wir sehen. Ist ja auch geil. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. tua Bedeutung.